In Brockstedt ist ein furchtbares Verbrechen geschehen. Zwei Menschen sind tot, Menschen sind verletzt worden und die gesamte Öffentlichkeit auch und ich, wir sind fassungslos darüber. Es ist die Aufgabe des Staates, das in seiner Macht Stehende zu tun, um solche Taten zu verhindern. Dazu gehört es ausdrücklich auch, Gewalttäter, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, schneller und effektiver abzuschieben oder auch aus Deutschland auszuweisen. Im Fall Brockstedt ist hier eine Menge schiefgelaufen, denn in diesem Fall sollte der mutmaßliche Täter Deutschland eigentlich verlassen. Es ist ein Verfahren eingeleitet worden, um den Schutzstatus zu beenden und dieses Verfahren konnte nicht abgeschlossen werden, weil er nicht angehört werden konnte. Und warum konnte er nicht angehört werden? Weil die Ausländerbehörden ihn nicht aufgefunden haben. Und warum haben die Ausländerbehörden ihn nicht aufgefunden? Weil er sich in der Obhut einer anderen staatlichen Stelle befand, nämlich in Untersuchungshaft. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass staatliche Stellen untereinander sich nicht so informieren, dass ein solches Verfahren nicht reibungslos und schnell vorangetrieben werden kann. Und es darf erst recht nicht sein, dass einem Gewalttäter die Untersuchungshaft in diesem Fall sogar noch sozusagen eine bessere Position gegenüber der Ausländerbehörde verschafft. Das kann nicht sein und deshalb schlage ich hier eine Änderung vor. In einem Brief an die Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, also den Landesjustizministern, werbe ich dafür, die einschlägige Verwaltungsvorschrift, die sogenannte MISTRA-Mitteilung in Strafsachen, dafür ist das die Abkürzung, zu ändern. Und bei dieser Verwaltungsvorschrift handelt es sich gewissermaßen um eine Art Checkliste, die den Strafverfolgungsbehörden hilft, den innerstaatlichen Informationsaustausch auch zu gewährleisten. Und künfte ich soll es so sein, nach meinem Vorschlag, dass in Fällen der Untersuchungshaft die Ausländerbehörde konkret über die Inhaftierung und über die Haftentlassung informiert wird. Insbesondere die Anschrift der Haftanstalt als auch die Entlassungsanschrift sind anzugeben. Und diese Ergänzung führt hoffentlich dazu, dass sich Fälle wie der in Brockstedt nicht wiederholen. Mein Ergänzungsvorschlag habe ich gestern den Ländern unterbreitet. Und wenn guter Wille da ist, kann diese Vorschrift auch sehr schnell geändert werden. Nämlich mit Einverständnis der Landesjustizministerien. Und so können wir dafür sorgen, dass ausreisepflichtige Gewalttäter schneller abgeschoben oder ausgewiesen werden können. Und so können wir auch die Bevölkerung besser vor solchen Gewalttätern schützen.